Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1169 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Pflaster und Verbandmaterial finden Sie jetzt in diesem Regal. Pflaster und Verbandmaterial finden Sie jetzt in diesem Regal. Jeden Tag trainiere ich eine Minute länger als am Vortag. Meine Kondition wird immer besser. Jeden Tag trainiere ich eine Minute länger als am Vortag. Meine Kondition wird immer besser. Jeden Tag trainiere ich eine Minute länger als am Vortag. Meine Kondition wird immer besser. Die Pause ist gleich vorbei. Unser Seminar beginnt in wenigen Minuten. Die Pause ist gleich vorbei. Unser Seminar beginnt in wenigen Minuten. Die Pause ist gleich vorbei. Unser Seminar beginnt in wenigen Minuten. Wo bringt ihr mich hin? Ich habe nichts getan! Ich will nicht mitgehen! Wo bringt ihr mich hin? Ich habe nichts getan! Ich will nicht mitgehen! Wir machen das gemeinsam und freuen uns auf den Erfolg, den wir dabei haben werden. Es ist geschafft! Nach der Party ist die Küche wieder vollständig gereinigt und aufgeräumt. Nach der Party ist die Küche wieder vollständig gereinigt und aufgeräumt. Ich bin bereit, alles zu tun, um dieses wichtige Spiel für unser Team zu gewinnen. Warum bin ich hier eingesperrt? Ich will sofort hier raus. Das ist Freiheitsberaubung. Positives Denken führt zu positiven Ergebnissen. Positives Denken führt zu positiven Ergebnissen. Positives Denken führt zu positiven Ergebnissen. Deshalb sind wir so erfolgreich. Ich möchte mich bei allen für die Glückwünsche zum 10-jährigen Dienstjubiläum bedanken. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe die Grafik geändert. Jetzt passt sie besser zum Text. Ich habe die Grafik geändert. Jetzt passt sie besser zum Text. Wie teuer wäre es, wenn wir den fehlenden Zahn durch ein Schraubenimplantat ersetzen würden? Ich bevorzuge den dunklen Rahmen. Wie teuer sind diese Gläser? Ich bevorzuge den dunklen Rahmen. Ich bevorzuge den dunklen Rahmen. Wie teuer sind diese Gläser? Momentan stürmt alles auf mich ein. Ich muss mich konzentrieren und eins nach dem anderen abarbeiten. Ich muss mich konzentrieren und eins nach dem anderen abarbeiten. Jetzt sind alle Bücher in der Transportbox. Ich verschließe die Box und stelle sie in den Flur zur Abholung. Jetzt sind alle Bücher in der Transportbox. Ich verschließe die Box und stelle sie in den Flur zur Abholung. Die Jacke ist fertig. Wenn du willst, kannst du sie noch heute abholen. Wenn du willst, kannst du sie noch heute abholen. Wo bleibst du? Ich habe warmen Tee für dich eingeschüttet. Bettina wählt die Farbe, die ihr am besten gefällt, aber ganz sicher ist sie sich nicht. Bettina wählt die Farbe, die ihr am besten gefällt, aber ganz sicher ist sie sich nicht. Bettina wählt die Farbe, die ihr am besten gefällt, aber ganz sicher ist sie sich nicht. Ich warte immer noch auf Pauls Antwort. Er hat noch nicht geschrieben. Ich warte immer noch auf Pauls Antwort. Er hat noch nicht geschrieben. Ich warte immer noch auf Pauls Antwort. Er hat noch nicht geschrieben. Wir arbeiten gemeinsam als Anlageberater. Wir haben ein Büro in der Innenstadt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020